wollt ihr euch angucken wie wir jetzt da rein gehen wollen die das weiß ich nicht scheinbar nicht gehen wir wieder oder das schlimme ist du hast ein holzschwert als schild ich nicht ja kommen was soll es reinleihen die olga jetzt habe ich ein schild und links die tür ist rechts die tür ist zu die lassen mal erst mal zu genau also erst mal wieder die seite dann ja ach nimmst du den okay die richtung ist okay da ist natürlich immer dadurch macht aufschritt trau doch nicht ab okay ich hole mir mal ein bisschen zeug hier raus jetzt muss ja so wir hatten hier noch eine seiten tür glaube ich okay das war eine nische jetzt entweder da rein oder geradeaus weiter hier machen wir erst mal hier okay genau die tür okay das zu ach dann gehst du hier einmal im kreis okay gut zu wissen geradeaus für hinternehmer machte wachte ich muss essen du musst essen ich muss essen okay dann rein da ja hier ist wieder das ende okay dann haben wir hier schon mal alles genau den pilzen damit da ist da geht es nur einmal im kreis da war nun eine nische die nehme ich auch schnell mit so dann da ist zu auch noch die tüter manchmal auf da rein links erst links hier hier ist mich offen okay das tür okay dann machst du auf ich sehe entkehrt nicht sie mindestens einen kehren das ist schon mal gut okay das ist schon mal etwas dann sind wir unserem ziel von zweien schon mal ein stückchen näher gekommen so mal eben gucken auffallen kurz ja ja noch genug holz für eine fackel die hier gleich ausgeht im fackel 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 ja mir fehlt ein harz ich habe kein harz habe ich noch ein harz nein habe ich nicht mehr da ist ja nicht schlimm dann mach mal direkt in der mitte das dinge weil dann können die mich auch nicht mal respawn da sind noch mindestens zwei und ein bisschen stein und gold habe ich noch gefunden da liegt noch ein rubin da liegt aus und kehren da sind noch feine drin das hat sich doch gelobt hier ja sehr schön aber die schwerter hätte ich gern ja aber die kriegen wir wohl nicht mal egal haben wir alles leer bernstein rum ja den habe ich den konnte ich vor nicht aufheben was haben wir denn jetzt hier alles also ich habe 20 gold zweidings kerne ich habe auch zweidings gerne und 29 gold und fünf bernstein für also das hat sich gelohnt dann so war hier noch irgendeine türen nein nein ich glaube nicht erst noch ein pilz hätte ich gerne und dann gehen wir raus ja erstaunlich gut mein mann mann wir haben dazugelernt hier noch sind keine 20 mal rein laufen wer ist brüller gewesen rauskommen toll tot ja das wäre eigentlich so also das gewesen definitiv aber ich glaube wir müssen dann diese richtung hier welche richtung die hier oder wir gehen wir wollten fluss karte wollten eigentlich na ja deswegen würde ich vorschlagen wir gehen jetzt erstmal wieder darunter richtung fluss und die richtung wird das eigentlich angezeigt wenn du auf kupfer stehst an der maus steht dann da kupfer vorkommen aha also ziemlich windig hier oben wenn ich mir die bäume so angucke ist ja auch gerade regen so hier hinten lang was sie ist da haben wir sind kommen die schmiede und gleich wieder aufbauen richtig den körper den kühler stehen lassen also sehr schön was haben wir sie wäre pilz ein jahr ich kann einfach weisse du lernst aber auch nicht dazu nimmt es sind erwachte ich habe zehn gefunden was zehn gefunden sind wir nehmen wir da direkt mit macht sinn weil brauchen wir ja auch wir machen sitzen wort wird es schon wieder natürlich natürlich wird sind auch ja wenn du mit dem haus und drüber gehst sinn vorkommen das ist so hell denn ist in der art feuerstein nur größer dann das sind blaue bären hast du gerade was geschreddert guck mal nach rechts auf den berg ich habe da grauzweggenest gefunden sollen wir das mal platt machen ich kündige uns mal an verklappen wer sehr kam er brennt ja schon weiche von mir okay ich bin weg ich hab doch gesehen hinter dir über den fluss der nicht zu weit ist hier ich bin schon wieder halb am betrinken deswegen bin ich da jetzt nicht rein was war das nicht für ein glitsch jetzt komme ich hier nicht hoch ja da sind sie da laufen sie die laufen gerade zurück das schlimme ist dass so viele sind das heißt du müsstest sie im grunde anzünden abhauen ja Vorsicht von hinten. Ich muss Leben generieren. Ja, ja. Ich bin auch gerade hier so ein bisschen am Montieren. Okay, ich bin tot. Ah, kacke. Warum laufe ich auch nochmal da rein? Tot? Ich hänge hier vollkommen fest. Schön in der Ecke drängen lassen. Ah, fuck it. Wir sollten uns vielleicht mal stärkere Waffen anschaffen. Dann habe ich ein Bild auf der Tastatur gehauen. Ich habe es gehört, ich habe es gehört. Läuft ja richtig gut. Wo sind meine Sachen? Hast du die nicht mitgebracht? Beim Sterben? Nein. Was hältst du vom Petten gehen erstmal? Nacht. Ach, Nacht. Das war wieder. Da waren wir so stolz auf uns. Ja. Ich hätte so gut sein können. Hätte. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Das wäre ja... Das ist schlimm. Ja, du fängst an zu frieren. Mir ist vollkommen egal. Wir haben einen weiten Weg vor uns, ne? Ja. Oh, holy crap, ja. Das wird... Wird jetzt witzig, uninteressant. Vor allem, weil wir nichts an Waffen haben. Nichts an Waffen? Und... Keine Ausdauer, um hier irgendwie rüberschwimmen zu können. Und im Endeffekt sind wir genau in der Gefahrenzone da, ne? Das ist ja... Ja. Er wird schön. Er wird nicht schön, das wird... Komm, du schaffst das. Nicht ertrinken, 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 nicht ertrinken. blub 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 du bist jetzt nicht ertrunken oder nein das war knapp ja wartet auf mich so es kann mir mal eine erklären warum wir nicht aktiviert haben hätte mir in dem fall auch nicht mehr geholfen er mir auch nicht aber weißt du so im vorfeld schon mal so wer so wäre jetzt nicht so doof gewesen dass du vollkommen recht so einmal hier runter und da drüben wieder rauf ach wir sind wie es aber siehst du was hat gefunden das ist doch auch schon mal was das markiere ich mir mal eben auf der karte und ja dann mache ich da doch direkt auch hier kopf war habe ich dann in die richtung so warte ich habe stein gefunden dieses land ist wild und ungestüm hatten wir doch schon oder müsste das ist ein riesen kupfer vorkommen also das ist ja da können wir uns gleich austoben wenn wir dann irgendwann mal im siebzehnten anlauf unsere sachen karte zurück haben ja und platt ja wir kommen aber selten dämliche ideen immer ist ja aber ich sag mal so für unsere fans ist das doch beste unterhaltung ok ich habe ein grau zweck gefunden ich bringe immer mit ich habe meinen grabstein gefunden und sage alles nehmen ja genau den hut lässt du mir da ist klar die hätte ich gerne euch den stein nicht mehr ach so schon du bist hier oben hoch gerannt ich bin reingelaufen und habe mir gedacht wie ja wenn du schon da drin schließt kasse ding auch dreck kaputt haut so vor intelligenz gesegnet also ich brauche da jetzt nicht rein rennen oder 4 4 waren es 4 also da ist ja wieder einer da prägt von hoher intelligenz wahnsinn und er kriegt auch nun tappen ich habe das nest kaputt ja sehr schön sehr schön und jetzt bin ich weg ich komme ich bin auf dem weg halte durch ich ertrinke gerade ob man die fische hier auch jagen kann ich glaube das habe ich im letzten mal schon gefragt ich habe das ich habe gesagt dass ich ich habe zurzeit gesagt ich habe darüber ich habe das ich habe gesagt ich habe gesagt ich habe gespielt ich habe das also ich bin jetzt schon wieder am kupfer vorkommen ich habe also den einen der mir jetzt gerade auf den sack ging den habe ich gekriegt da ist dann einer grabstein um sind noch mal welche mich interessiert nur der eine der unten ansteht hier oben die sind mir erst mal relativ rille ich habe eine werkbank gefunden ja ja ich bin hier für eine scheiße zusammen ich komme jetzt ich bin hier hat da ist mein grabstein dahinten ich komme nicht dran scheiße ich habe es schon mal gefunden zu mir und das habe ich schon mal hat mich erst mal voll vergiftet hat bitte was 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 du leuchtest du leuchtest ja jetzt nicht mehr gott sei dank da ist hier oben noch einer so ich muss mich jetzt erstmal ein klein hier dann feil und bogen dann wird man sich loben aber ich glaube der der müsse leer sein vorschlag wir bringen den scheiß jetzt zurück stehst du nicht so auf nervenkitzel nervenkitzel ist schon gut aber ich habe keinen platz mehr du verstehst ich gesetzt das hier recht zeigt aus dass man hier gut rüber kommt ja ich bin hier auch tolle aussage wo ist auch hier ach da bist du ja aber hier ist relativ seicht alles und da kommt man gut rüber glaube ich also klatsch über ein schwimmen wird besser das auch schön ich glaube ich habe noch ein zinn vorkommen gefunden ach ja da oben war noch kupfer ja wolltest du das mitnehmen viel habe ich auch nicht drei slots hätte ich frei also nicht wirklich dann gehen wir hier durch die wallachai wieder zurück glaube ich oder wollen wir das keine ahnung wir gehen jetzt einfach hier am wasser entlang ja wieder den weg hoch ich würde behaupten wir sind auf unserer seite der ha ha toll 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 ich habe immer im pilz rein wenn wir meinen Eintür, rette mich! Oh, du kleine Dreck, Zoe. Wo ist der? Links. Ah, da. Da brennt schon wieder. Ich habe noch keine Feuerpfeile mehr. Ja, 18 habe ich noch. 18 habe ich noch. Oh, der rodert den ganzen Wald weg, ne? Weg! Tag! Bin gestorben. Ich habe es gesehen. Ich gucke, dass ich ihn irgendwie... Von meinem Grabstein weglocke? Ja. Oder vielleicht legen. Legen wir auch drüben. Ich beeile mich. Ich habe keine Ausdauer mehr. Welcher Weg ist jetzt der cleverste darunter? Hä? Ja. Runter ans Wasser und einfach da hin. Und lebst du noch? Ja, ich bin auf die andere Flussseite geschwommen und der Troll kommt mir hinterher. Ja. Okay, bist du noch mitten im Kampf oder könnten wir, weil wir sind, drüber? Ja, da muss doch mal ganz schnell gehen jetzt. Okay, dann... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. ...